weil es wahrscheinlich ein buchstein ich komme josh doch und da bin ich drauf wieso lädt das bei dir so schnell war mir noch verbindung zum server ich kann nichts abbauen ja das ist 15 sekunden schutzzeit das ist aber normal wollen wir jetzt sind die der folge in die höhle rein noch viel zu gefährlich müssen erst mal quippen und alles erst mal machen wir normales typ ich würde ich sagen oder ich fände es zu gefährlich weil der ist es ja jetzt auch auf schwer gestellt also sollte ein kopf gestellt also ja ist es so meine spitzer kannst du mal eine workbench setzen denn mal irgendwo sichert mama und die bleiben kann weil jetzt natürlich auch schwer das machst du tust du so komisch weil ich jetzt ein paar öfen macht die kann man das schön hinsetzen okay wir haben aber nur 15 was kohle ja das ist blöd du sprichst bei mir die ganze zeit ab ja was macht man jetzt erst mal ich würde noch meinen erst mal betreiben ja was essen würde ich schon mal ich habe alle kohle verteilt ja das essen ist nämlich glaube ich wichtiger wie links wie eisen ja glaube ich aber trotzdem erst mal also wir können von jedem haben kein zuckerrohr mitgenommen zuckerrohr ist normal auch immer wichtig ja aber das ist jetzt halb so schlimm ich will erst mal gute kippen ja war und ich bin eigentlich auch mal mit abbauen wenn ihr euch fragt im wo also wo wir ins und wo der server gehostet wird bestimmungsweise woher der ist der ist vor warum aus genau da wo ich glaube ich glaube ich ich habe mir hast du gar nichts gesagt bei mir ist du musst das unten drunter auch abbauen da können auch ärzt ist ja ich weiß ich habe noch keine spitze mehr okay ich glaube wir haben gerade habe einer von uns hat gerade internetprobleme du hast du hast internetprobleme bei mir ist grün ja bei mir auch er habe du lex bei mir auch klar hat mega du brichst bei mir auch dauernd ab also wollen wir vielleicht wieder auf mein das ist konnte ich nämlich ich habe kohle gefunden ja sehr gut aus die ganze kohle ab weil dann muss ich nicht mehr machen welchen geht auch gut Ja, ich schau alles mitnehmen. Gold. Nimm mal mit für Apples. Gold. Ja, warum nimmst du... Warum tust du so fucking langsam abbauen? Ach so, weil ich sneak, ja. Ich sollte vielleicht mal aufhören zu sneaken. Komm, mir fehlen schon zwei Hungerbeuten. Da ist auf jeden Fall schon mal Gold. Also ich glaube, wir können uns voll Iron machen. Aber ja, doch, Eisenrüstung rentiert sich, oder? Da ist noch mehr Gold. Ich bin halb dir. Kann man Gold nicht mit steilen abbauen? Auch wenn ich nicht weiß, was du danach noch gesagt hast. Ja, du hast bei mir auch schon wieder. Das ist jetzt auf einmal bei deinem Discord hier so. Wollen wir echt mal probieren, auf einmal wieder zugehen? Ja, wir gehen mal zu da. Oh, ich... Ah, toll. Jetzt hat sich mein Discord noch gehängt. Ach, mein Ditzel. Ah, jetzt geht's wieder. Ja, was ist jetzt los? Als ob sich das jetzt aufgehängt hat. 6, 1,5 Stunden später. Ja, ich bin irgendwo drin. Ich bin irgendwo drin. 1,5 Stunden später. Jetzt? Jetzt, ey. Mein Discord hat sich gerade aufgehängt, warum auch immer. Aber es war vorhin schon mal, was ist denn heute los? ja ich habe das ganze fleisch mal genommen wir haben 19 gebratene fleisch ich tue mal noch ein bisschen rein in den ofen und ich glaube du könntest mit ruhe machen ein schild davor schreiben und dann dürfte da eigentlich kein dahin gehen dürfen zwar reingucken aber dürfen sich halt nicht ja aber wir wollen welche hier unten machen ich würde allgemein leben ist und einfach wenn wir feiten wollen hoch weil es um echt viel zu gefährlich da kommt glaube ich so viele sind ja auch so viele monster unterwegs im level farm auch in den in die hölle ja da können wir dann klar aber dann können wir uns ja hier und die kippen und dann hoch es geht ja um es wäre eh zur mitte laufen deswegen wollen wir gegen die regel verstoßen und zweites portal bauen wollen wir nicht ich weiß nicht kommst du mal wieder mit farben oder ja ich suche dich ja egal ich ach da wirst du ich war einfach mal hier weiter oder soll ich eine eisenspitzhacke machen falls wir die aus finden nee die kann man auch noch machen wenn wir die aus finden erst mal müssen wir sie finden würde ich mal sagen oder weil zum schluss wir keine und dann haben wir unser eisenspitz ich brauche mich da einfach mal jetzt klar irgendwann ist nicht warum ich da jetzt wenn gerade aus einfach mal hier ist noch ganz viel kohle wenn du willst kannst du es noch abbauen habe ich keine lust ja warum aber eigentlich springt schon wieder und sagt vor ist mein so ein loch eingefahren warum brauchst du dich jetzt in die richtung wird sie hast du dich im kreis gebaut es ergibt gar keinen sinn da wurde ich habe einmal angebaut hast es ergibt keinen sinn weil dann bauen wir uns im kreis und kommen irgendwann wieder beim selten auch wieder aber hier war die war wieso fallen mir heute die ganzen wörter nicht ein ja da ist lauter kies schreibt uns meine kommentare worüber wir reden könnten während wir hier beim farm sind zum beispiel gefällt da kein beispiel ein ich wollte schon fragen ob wir uns vielleicht war jetzt ein thema überlegen wollen weil ich würde sagen jetzt machen wir erst mal nichts größeres als farm ja okay wir können ja jetzt die folge mal drüber reden wie wir zu baro 5 gekommen sind ach ja genau willst du das ist mir egal okay dann kann ich ja mal anfangen und ich sage nicht richtig mal weiter was also ich habe eines tages mal wieder lange in meine kommentare geguckt und dann war ist mir erst mal also dann bin ich in den spam ordner halt gegangen habe ich wieder irgendwelche spams erhalten habe dann war da die die nachricht von bei luca ob ich denn nicht lust hätte mit noch jemanden bei baro 5 mitzumachen ich könnte vielleicht den kommentar auch mal einblenden wenn ich das lustige und dann war es lustig dann war es mir mega peinlich weil es halt so spät weil ich irgendwie zwei drei wochen später gelesen habe oder ich habe ich habe zwei monate später gelesen also aber du hast ja hatte ich dich ja schon mal meinen weil ich habe die nachricht ich glaube fünf minuten später so bekommen weil wir hatten noch mal nachgeschaut fünf minuten nach ja und ich hatte mich dann ja ich hatte mich halt ich bin mit ihm angemeldet weil ich lust hatte wir wollten schon mal zusammen bei so einem projekt mit machen deswegen gleich mitmachen wir haben ja auch schon vor kopf vielleicht unser eigenes projekt zu machen aber es ist ja so einfach leichter weil wir haben jetzt gerade gesehen also in der ersten folge in der ersten folge quasi sonst was er erst gerade eben ja und ihr habt ja gesehen was dafür ein trouble war mit dem ganzen staat so und so ich glaube da werden wir nicht gerne in der rolle der admins oder so also grüße gehen auch raus an die admins ihr habt euch super gerechnet zwar war eine kuh beim lanters da im loch aber nicht so schlimm beim ersten mal werden wir eh gestorben da kann ich euch vielleicht jetzt mal einen kleinen einblick hunger ist tot kann man gold kann man gold mit stein abbauen ich glaube nicht das habe ich glaube ich war hin schon mal probiert dann mache ich doch meine eisenspitzhacke ich habe nicht verlaufen das haben wir uns gebaut haben schon nein das ist die zweite für uns ein bisschen verwirrend weil wir nehmen jetzt im voraus auf weil es halt sein kann dass wir unter der woche weil es muss ja fast jeden tag zu fünfmal pro woche ein video kommt es kann ja sein dass wir unter der woche mal nicht so zeit haben oder so deswegen tun wir jetzt grad ein bisschen vor und deswegen ist es irgendwie für uns halt gerade eben gewesen und so ich weiß nicht die erste folge kommt dienstag heute ist samstag also es ist schon ein bisschen her kannst ja mal wir können ja mal ausmachen wann wollen wir den hochladen wenn wir jetzt gerade eh schon nichts zu haben wann kommt denn also wann soll denn immer baro kommen ich würde sagen wir schlagen ein paar zwei jahre sind vor und ihr könnt dann jetzt oben abstimmen oder okay ich hab ja gerade klar war gefunden ich bau da gerade mal nicht weiter naja ich kennzeichne ich war mit granit wo das ist ja ich habe ja da vorne mit ähm ein buchstein ich komme dios doch dios ich hab dios gefunden ähm hier hinten wo bist du warte baust du mach ich auch noch nicht ich will hast du ne hast du ne spitzacke hast du ne spitzacke ey wo bist du hin ich baue sie hier komm mal zurück wo bist du hin ich baue mich kurz warte da ist ein name achtes bist du warte ich komm hier vorher in den gang gelaufen wo bist du hier ach gott hier zeig sie mir du hast dich spitzacke oder du hast dich spitzacke oder dios dios müssen wir gleich mal wollen wir gleich oh lava ey fallet ey fallet nicht rein bau das zu wo die lava ist ja ja ich schreib gleich mal dios ok ich baue nochmal kurz oben ich baue nochmal oben drüber ab oder können wir die so abbauen ja ich helfe nicht dass ihr nicht dass irgendwo noch lava runterkommt oder so es wär dumm ey ey mein ich bissacke ist kaputt warte ich will hier mal kurz ein bisschen freibudeln dann mach mal ganz kurz mal ein thumbnail für euch ach ja warte ich mach ich würde uns hier noch vorne hinstellen oder ja probieren uns oben drauf zu stellen ja alle die grad zuschauen denken sich bestimmt an und die machen ein akt wegen so ein paar tirs ja die sind aber gerade tatsächlich ich habe gesehen bei meinem ja dies ist einfach an der das aus ich habe glaube ich gar kein dinge bekommen ja das kann ich jetzt bekommen egal ich muss essen ich habe noch zwei hunger kreuen nicht wundern ich weiß was lang geht kommen wir machen wir jetzt wir bauen hier am besten mal zu weil das wird sonst was mag ich habe jetzt fünf dias ach gott wir werden ja schon wieder wir werden ja schon wieder wo lang immer hier rein geradeaus siehst du dass ein langer weg ich baue mich warum einfach okay also ja jetzt will ich noch mal das sagen was ich die ganze zeit schon probiert zu sagen habe ich aber nicht weil mir nicht wundern wenn die tier so anders aus weil ich habe jetzt ein anderes text ich hoffe es hat euch trotzdem die dias gefallen weil ich irgendwie nice und ja und wir hoffen natürlich dass euch die folge baro gefallen hat lasst auf jeden fall kommentar dran auch mit themen über was wir reden können stimmt mal über die uhrzeit ab und dann würde ich sagen schaut mal bei cubes da vorbei und wenn ihr kein video mehr verpassen wollt könnt ihr gerne bei uns rein abonnieren und wir sehen uns dann in unseren nächsten videos wieder ciao Dia aber ihr Bis zum nächsten Mal.